Am 26. Januar 1985 ist der 51-jährige Masahisa Takenaka auf dem Weg zu seiner Freundin, die in Tsuita in Osaka wohnt. Er hat noch zwei befreundete Männer dabei. Alle drei sind Mitglieder bei der örtlichen Yakuza, der Yamaguchi-Gumi, und Masahisa ist seit einiger Zeit der neue Boss der Gruppe. Einer seiner Begleiter, Nakayama, ist einer der Unterbosse. Als sie im Apartmentkomplex von Takenakas Freundin eintreffen und dort auf einen Fahrstuhl warten, werden sie plötzlich von einer vermummten Gestalt überfallen und niedergeschossen. Takenaka und einer der beiden Begleiter von ihm können noch zurück zum Fahrzeug fliehen, in dem ein Fahrer von ihnen wartet, der die beiden ins Krankenhaus bringt. Doch ihre Schussverletzungen sind zu schwer. Keiner der drei Männer überlebt. Dies ist der Beginn des berüchtigten Yamaichi-Krieges, der über zwei Jahre lang dauern und 25 Todesopfer fordern wird. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die Yamaguchi-Gumi sind heutzutage mit ungefähr 8200 Mitgliedern die größte Yakuza-Organisation in Japan. Sie haben sich über das ganze Land ausgebreitet. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 1915 von Harukichi Yamaguchi in Kobe. Im Jahr 1946 übernimmt der 33-jährige Kaswo Taoka die Führung der Gruppe von Yamaguchis Sohn. Zu dieser Zeit besteht die Organisation lediglich aus einigen Dutzend Personen, die fast alle zu einer von vier örtlichen Familien gehören. In den folgenden 30 Jahren baut Taoka die Organisation zu dem auf, was sie heute ist. Er kümmert sich vor allem darum, dass die Mitglieder über ihre kriminellen Geschäfte bei der Yakuza hinaus seriöse Geschäfte und Firmen aufbauen. Dadurch bekommen sie einen respektablen Stand in der Gesellschaft und sie haben eine größere Macht bei ihren illegalen Geschäften, die sie betreiben, da sie zusätzlich sichere und legale Einkommensquellen haben. Taoka selbst leitet ein Transportunternehmen und ist Präsident einer Entertainment-Firma. Er schafft eine Hierarchie, bestehend aus ihm selbst als Boss, gefolgt von mehreren Unterbossen und Vize-Unterbossen. Im Jahr 1913 als Bauernsohn geboren, ist Taoka in recht armen Verhältnissen aufgewachsen. Nach dem Tod seiner Mutter schiebt sein schwerkranker Vater ihn zu seinem Onkel und seiner Tante ab, wo er recht hart arbeiten muss und rau behandelt wird. Ein Klassenkamerad von ihm und sein bester Freund ist der jüngste Sohn von Harukichi Yamaguchi, so dass es für Taoka fast selbstverständlich ist, nachdem er erwachsen ist, selbst einen Platz in der Organisation zu finden. Die direkte Nachfolge Harukichis übernimmt zunächst sein ältester Sohn, Noboru. Im Jahr 1937 kommt es dann zu einem Konflikt mit einer verfeindeten Gang, bei dem ein weiterer Sohn Harukichis heftig angegriffen wird. Taoka verteidigt ihn und tötet den Angreifer mit einem Schwert. Dafür muss er für acht Jahre ins Gefängnis, erhält aber den Respekt der anderen Yakuza-Mitglieder. Nachdem er im Jahr 1945 für seine Tat aus dem Gefängnis entlassen wird, wird er im darauf folgenden Jahr als Anführer der Yamaguchi-Gumi gewählt. Der Boss einer Yakuza-Vereinigung wird Oyabun genannt. Das kann man wörtlich in etwa mit Elternfunktion oder Elternstatus übersetzen. Außerdem verfügt jede Yakuza-Struktur über mindestens einen Vize-Boss sowie weitere Unterbosse, die dann das Sagen über verschiedene Gruppen innerhalb der Hauptgruppe haben. Natürlich bleiben sie dabei aber dem Oyabun untergeordnet. Die Yakuza-Gruppen und auch die Untergruppen tragen meist den Nachnamen des ursprünglichen Gründers, wie zum Beispiel die Yamaguchi-Gumi auf Harukichi Yamaguchi zurückgeht oder die Goto-Gumi, die von Tadamasa Goto gegründet wurde. Gumi steht dabei einfach für Gruppe. Das Wort Kai, das auch viele Yakuza-Organisationen am Ende haben, wie zum Beispiel die Ichiwa-Kai, auf die wir später noch zu sprechen kommen, steht für Club oder Vereinigung. Die regulären Mitglieder werden als Kobun bezeichnet. Das kann in dem Fall mit Anhänger übersetzt werden, bedeutet wörtlich aber eigentlich adoptiertes Kind. Jedes neue Mitglied muss einen Blutschwur leisten, bei dem es gelobt, sich an alle Regeln innerhalb der Gruppe zu halten. Sollte ein Mitglied die Regeln brechen, muss er Buße leisten. Dies geschieht mittels eines Rituals, das unter dem Namen Yubitsume bekannt ist. Dabei muss der Regelbrecher sich selbst ein Segment des kleinen Fingers abtrennen, zum Beispiel mit einem Schwert, und ihn dann dem Oyabun als Präsent überreichen. Viele Berichte reden davon, dass diese Praktik heutzutage in einigen Organisationen durch zeitgemäßere Strafen ersetzt wurde. Allerdings gibt es dann wiederum andere Berichte, die behaupten, dass viele Organisationen auch heute noch an dieser Tradition festhalten würden. Anscheinend ist es also so, dass, auch wenn es gerne von den Organisationen anders dargestellt wird, viele auch heute noch diese Strafe für Regelbrüche nutzen. Bei wiederholten Regelverstößen bleibt es natürlich auch nicht nur beim kleinen Finger. Ihr Geld machen die Organisationen unter anderem mit dem internationalen Handel von Waffen und Drogen, Prostitutionen und Betrügereien im Bauwesen und bei Glücksspielen. Außerdem gibt es regional eine Vielzahl kleinerer Unternehmen, wie zum Beispiel Restaurants, Bars, Transport- und Taxiunternehmen oder zum Beispiel auch Talentagenturen, die der Kontrolle der Yakuza unterliegen. Auf der anderen Seite setzt sich die Yakuza regelmäßig für die japanische Gesellschaft ein und leistet zum Beispiel große finanzielle und auch materielle Hilfe bei Naturkatastrophen und anderen Unglücken. Dies führt dazu, dass sie von der japanischen Gesellschaft zwar gefürchtet, aber auch respektiert werden. Solange man als regulärer Bürger nicht direkt in Geschehnisse involviert ist, die die Geschäfte der Yakuza betreffen, braucht man sie auch nicht zu fürchten. Allerdings ist es für bestimmte Berufsgruppen, besonders zum Beispiel im Bauwesen und im Transportbereich, ziemlich schwierig, einen Kontakt mit der Yakuza dauerhaft aus dem Weg zu gehen, da sie in den Bereichen selbst viele Unternehmen betreiben. Die Mitgliedschaft bei der Yakuza erfüllt an sich noch keinen Straftatbestand. Die Mitglieder, die zum Beispiel noch Firmen und Geschäfte betreiben, vermerken ihre Mitgliedschaft bei einer Yakuza-Struktur in der Regel sogar auf ihren Visitenkarten und geschäftlichen Dokumenten. Auch die Polizei ist ziemlich genau darüber informiert, wer gerade die führenden Mitglieder der einzelnen Strukturen sind, welche Firmen sie betreiben und so weiter. In der Regel geben die Yakuza das sogar selbst öffentlich bekannt, wenn Wechsel in der Führungsebene stattfinden. Auch über die meisten Machenschaften der Gangs weiß die Polizei in der Regel Bescheid, ohne speziell einzugreifen, was nicht unbedingt bedeutet, dass die Yakuza immer straffrei davon kommen. In der Regel ist es dann aber so, dass einzelne Mitglieder für ganz spezifische Taten bestraft werden. Zum Beispiel für den Mord eines Mitglieds einer verfeindeten Gang oder für spezifische Betrügereien. Die gesamte kriminelle Organisation im Hintergrund wird dabei aber meist außen vor gelassen und die Strafen fallen vergleichsweise eher gering aus. Es ist sogar schon vorgekommen, dass die Polizei Gruppen der Yakuza angefordert hat, um bei Staatsbesuchen ausländischer Politiker als Sicherheitsdienst zu fungieren. Abgesehen davon gibt es auch noch einen weiteren Grund, warum die Polizei die Yakuza größtenteils in Ruhe lässt. Und zwar verhindern die Mitglieder der Yakuza die Überhandnahme der Straßenkriminalität und die Bildung anderer zwielichtiger Gruppen. Und sie sorgen außerdem für Ordnung bei gewaltbereiten Jugendgangs. Während viele Yakuza ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gerne durch entsprechende Tattoos offensichtlich machen, hat das heutzutage auch nicht mehr so einen wichtigen Stellenwert wie früher. Viele der Mitglieder bevorzugen es mittlerweile, in der Öffentlichkeit unauffälliger zu sein. Auch das unterscheidet sich aber von Gruppe zu Gruppe. In der Regel galt oder gilt, je größer das Tattoo, desto höher die Loyalität zur Gruppe. In Japan wurden Tattoos ja noch bis vor recht kurzer Zeit fast ausschließlich von Mitgliedern der Yakuza oder anderen kriminellen Gruppen getragen, was auch der Grund dafür ist, warum viele Japaner immer noch Vorbehalte gegenüber Tätowierten haben. Bis 1948 waren Tätowierungen sogar offiziell verboten, was die Gangs wohl mit veranlasst hat, dies zu einem ihrer Markenzeichen zu machen. Allerdings ist auch das im Wandel, da sich mehr und mehr Japaner, die keinerlei Bezug zur organisierten Kriminalität haben, tätowieren lassen. Nachdem der langjährige Boss Kasuo Taoka im Jahr 1982 stirbt, wäre eigentlich sein Unterboss Kenichi Yamamoto zum neuen Anführer geworden, aber der sitzt zu der Zeit gerade im Gefängnis. Kurz nach seiner Entlassung stirbt er dann an Leberversagen. Daraufhin wird die Leitung der Organisation vorübergehend an den 57-jährigen Hiroshi Yamamoto übertragen. Hiroshi ist schon seit langem gut mit Taoka bekannt. Er ist bereits über 20 Jahre zuvor bei der Yamaguchi Gumi eingestiegen und davor hat er bereits jahrelang als Angestellter in einem Transportunternehmen der Organisation im Hafen von Kobe gearbeitet. Als er nun vorübergehend der Anführer ist, rechnet er fest damit, bei der kurz Zeit später folgenden Abstimmung die Anführerschaft zu behalten. Doch die Mehrheit der Yamaguchi Gumi, inklusive Fumiko, der Witwe von Taoka, stimmt für den 51-jährigen ehemaligen Unterboss Masahisa Takenaka, der daraufhin zum neuen Boss ernannt wird. Takenaka hat bereits in den 60ern seine erste eigene Gang gegründet, die Takenaka Gruppe. Sie machen sich damit einen Namen, gewaltbereite Jugendgangs in ihre Schranken zu verweisen. In diesem Rahmen kommt er dann auch zum ersten Mal mit den Yamaguchi Gumi in Kontakt, die ihn kurz darauf als Mitglied aufnehmen wollen. Takenaka hat aber zunächst gar kein Interesse daran. Erst nachdem er Taoka vorgestellt wird, ändert er seine Meinung und tritt mit seiner kompletten Gang der Yakuza bei. Im Jahr 1962 steigert er seinen Respekt bei den anderen, als er sich bei einem Konflikt mit einer anderen Yakuza-Vereinigung der Polizei widersetzt. Dieser Konflikt ist als der Vorfall in Hakata bekannt. Ein Mitglied der Yamaguchi Gumi, Jinchi Yosakura, sucht in Hakata einen Geschäftsmann auf. Der wird von der Yakuza regelmäßig um Geld erpresst, seit sie ihm einige Jahre zuvor einen illegalen Kredit besorgt hatten. Als Yosakura ihn aufsucht, kann der Mann dieses Mal aber nur die Hälfte der verlangten Summe bezahlen. Allerdings weiß er, dass Yosakura sich noch einige Tage lang im Ort aufhalten wird. Er beauftragt die Torinosu-Brüder, führende Mitglieder der Yakuza-Gruppe aus Kurume, Yosakura für 500.000 Yen aus dem Weg zu räumen. Zwei Mitglieder der Gruppe führen den Auftrag aus und erschießen Yosakura in seiner Mietwohnung. Die Yamaguchi Gumi allerdings denken zunächst, dass die Miyamoto Gumi, eine weitere Yakuza-Gruppe aus Fukuoka, mit der sie bereits Konflikte hatten, für den Mord verantwortlich ist. Vor allem Hiroshi Yamamoto ist überzeugt davon und verbreitet die Theorie unter allen Mitgliedern. Einige Tage später reisen über 100 Mitglieder der Yamaguchi Gumi mit dem Zug nach Fukuoka, um die Miyamoto Gumi zu überfallen. Die Polizei allerdings hat bereits Wind vom geplanten Angriff der Gang bekommen. Als sie die ankommenden Yakuza auf dem Bahnhof von Fukuoka kontrollieren, finden sie aber keinerlei Waffen. Da sie nichts weiter gegen die Männer in der Hand haben, dürfen sie in ihr Hotel in Fukuoka weiterfahren. Wo kurze Zeit später auch noch einige weitere Mitglieder eintreffen, die eine Station früher den Zug verlassen haben und alle der mitgebrachten Waffen mit sich führen. Zu einem Angriff auf die Miyamoto Gumi kommt es trotzdem nicht. Die Polizei weiß, dass die Männer ihre Waffen irgendwie anders eingeschleust haben müssen. Deswegen haben sie 600 Einsatzkräfte angefordert und das Hotel umstellt. Gegen halb sieben am Abend inszenieren sie einen Stromausfall und stürmen das Hotel. Über 105 Mitglieder der Yakuza, einschließlich Kenichi und Hiroshi Yamamoto, werden wegen des Vorbereitens von Waffen, was in Japan einen Straftatbestand erfüllt, festgenommen. Lediglich Masahisa Takenaka widersetzt sich der Polizei und fordert sie auf, einen Haftbefehl vorzulegen. Natürlich wird er schließlich überwältigt und festgenommen, aber in den folgenden Tagen übernimmt er die Verantwortung für die Waffenvorbereitung im Hotel, wodurch die Ermittlung gegen die anderen festgenommenen Männer entfällt und alle wieder aus der Haft entlassen werden. Der Unterboss Kenichi Yamamoto ernennt Takenaka nach seinem Einsatz für die Gruppe zu seinem persönlichen Assistenten und einige Jahre später auch zum Unterboss. Die Polizei findet schließlich heraus, dass die Gang der Torinoso-Brüder den Mord an Yosakura verübt hat und nimmt die Täter sowie die beiden Gangsterbosse fest. Die Yamaguchi-Gumi entschuldigt sich während einer Zeremonie bei der Miyamoto-Gumi für die falsche Verdächtigung. Vielen Dank fürs Anschauen! Die weitere Geschichte der Yamaguchi-Gumi und die Vorfälle während der berüchtigten Yamaichi-Fähde erfahrt ihr in der nächsten Woche. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst. Lasst ein Like da und bis gleich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werbung 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 Untertitelung des ZDF, 2020